Testspielsieg, wie fühlt sich der Sieg auch? Gewinnen ist cool, gewinnen ist cool, aber wie soll ich in den letzten Spielen auch schauen, würde ich jetzt einmal sagen, das Ergebnis ändert jetzt am Ergebnis von der Analyse meistens nicht ganz so viel. Es hätte mit gewissen Absichten und Zielen ins Spiel, das war gegen Tittach so, das ist gegen Berg so gewesen, heute war es wieder so und wenn du in einem Testspiel gewinnst, ist es super, wenn man zwei Tore macht und ein paar hätten noch zusätzlich erzielen können, ist das innerhalb von dem, was wir uns vorgenommen haben, voll fein, aber das Ergebnis selber ist noch nicht so zentral. Wir haben einen guten Gegner in Wallern gehabt bei Schallerbach, die haben wir uns körperlich einmal auf jeden Fall alles abverlangt. Spielerisch war es ja nicht immer optimal, weil der Platz auch entsprechend klein war, aber wir haben das gut gelöst und das Ergebnis ist auch entsprechend, mit zwei Hand ist es gut ausgefallen und sind wir zufrieden. Ich finde auch, die gegnerische Mannschaft hat es gut ausgespielt, aber wir haben ein gutes Gegenpressing gehabt und haben dann gute Balleroberungen im letzten Drittel gehabt und ja, ich finde das hat richtig gut gepasst. Mit manchem bin ich sogar sehr zufrieden, mit manchem nicht ganz so. Es war ein sehr guter, griffiger, aggressiver Gegner. Und ich war nicht ganz so zufrieden mit der Art und Weise, wie wir uns in der ersten Halbzeit gewehrt haben. Das ist ein bisschen so der Wehmutstropfen gewesen für mich oder von meinem Empfinden her war man nicht so am Punkt. Aber das waren die ersten zehn Minuten, also haben hundertprozentig unserem Trainingsinhalt entsprochen. Das war dann schon cool und dann schießen wir nicht hin, dann bin ich ein bisschen sauer geworden. Wie habt ihr einiges zu tun gehabt heute immer wieder? Ja, das ist richtig, ja. Vor allem, was das Spielerische angeht. Ja, mit dem Fuß haben wir wesentlich mehr zu tun gehabt als in den letzten Spielen, sage ich mal. Weil die haben sich ja anpresst und auch mehr probiert haben mit zum Spielen. Da waren auch einige Aktionen jetzt, was von Franken angeht und so. Aber ja, das hat uns gut gepasst. Du hast in der ersten Halbzeit gleich zwei Mal gewechselt. Warum das? Ja, Jackson ist schon mit einer Blessur ins Spiel gegangen. Der hat gestern ein Schenkerl gekriegt und wir haben einfach gesagt, wir lassen ihn spielen, wir wollen das probieren. Und dann mit Forte auf dem Spiel ist mehr und mehr klar geworden, dass das nichts bringt. Und Alvaro hat in den letzten Wochen eh schon immer wieder mal Schwierigkeiten mit der Wadenmuskulatur, also mit dem Schollenmuskel und hat dann Schmerzen gehabt. Das war der Grund. Der Reini ist unser Jahrhundertdormann. Wie ist denn das Training so mit ihm? Also richtig gut. Also ich bin jetzt von wem auch hergewechselt und habe mir geschaut, dass man richtig viel lernen kann und das wahrscheinlich auch noch wird. Und ja, ich bin richtig froh einfach, dass ich ihn als Trainer habe. Und ja, wir sind richtig zufrieden mit ihm. Es ist geil mit ihm zum Trainieren und er hat immer wieder neue Sachen aufgelagert, damit es ihm immer Spaß macht und abwechslungsreich ist. Und ja, dass er eine Legende ist, das ist natürlich umso schöner für uns, dass wir da auch wissen, worum es geht in dem Verein. Perfekt, super, danke. Danke.